Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit der Familie. Ja, dritte Folge in dieser Aufnahmesession mit dem Aran. Hallo Aran. Hi. Mit der Jess. Hallo Jess. Hallo. Und der Papa ist auch mit mir hier irgendwie in der Höhle. Kommst du runter? Ja, ich bin hier äh... Andere Seite runtergegangen wahrscheinlich, ne? Ich bin hier gerade ein bisschen äh... Ich versuche hier gerade mal die Lava wegzumachen und ähm auszuleuchten, was geht. Weil ich denke, da hinten geht es noch weiter. Die Höhle ist noch nicht zu Ende. Ja. Hier ist auf jeden Fall noch jede Menge Eisen. Wir müssen erstmal das ganze Nerv hier Wasser hier wegkriegen. Dann sieht man ja immer gleich besser, was hier überhaupt Phase ist. Ich hatte das Wasser eingedämmt mit, ähm, Erde tatsächlich. Ja, ich hab schon wieder, ähm... Schon wieder ein netter... Oh, meine letzte Fackel. ...neter Barzen gefunden. Also hier war ich noch nicht. Meine letzte Fackel. Das können wir nicht so lassen. Oh, hier muss ich jetzt nennen. So. 8, 8. 32 Fackeln wieder an Bord. Also hier ist auf jeden Fall jede Menge Kohle, Lapis, Eisen. Okay, also alles, was man so braucht, mit anderen Worten. Und Freunde. Ja, du, das braucht man jetzt nicht, das ist richtig. Doch, Freunde sind wichtig fürs Leben. Ich hab gerade keine Sound-Systems, ich kann jetzt nicht hören, wenn ich böse als Skeletor hören will. Dann Reloog kurz. Ja, da muss ich aber ne Technikern schauen, glaub ich auch noch in der Stadt, oder nicht? Nö, hm, glaub nicht. Okay. Komm, ich bin gleich wieder da. Oh, aber ich muss die Sound-Systems hören. Ja, dieser Sound-Bug ist wirklich nicht geil bei diesen Technik-Launcher. Oder liegt das eigentlich, hast du eigentlich normales Text-Effektorin, Yasmin? Äh, ich hab das. Die spielen bei Minecraft-Launcher. Achso. Ja, deswegen. Hä, ist das auch bei Minecraft-Launcher so? Nein. Nein. Ja, aber ich glaub, das liegt aber auch nur, vielleicht, also es könnte sein, dass es nur an den Technik-Launcher ist. Nein. Das ist egal, welches Technik-Launcher. Ich glaub, das liegt eher an den Technik-Launcher. Weil, seitdem ich mit dem Minecraft-Launcher spiele, hab ich dieses nicht. Aber ich hatte sonst nie so ein Problem, erst seit... Vielleicht einen Monat knapp. Boah, der Ehemann explodiert da schon wieder. Nein, ich bin nicht explodiert, das war ein Krieg. Draußen, also ein echtes Ultrasonne. Das ist eine Tatsache. Aber hier ist das so weit verzweigt, bis man hier mal ausgeleuchtet hat. Ja, 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 ja. Das zieht sich echt lange hin. Komm, wir brauchen nur noch einkaufen, wir schaffen das. Der ist das ein Thema, äh, wärmswinter, wärmsdraußensolter, war sonnig. Ja, ich sag dazu nichts. Und blaue Lüttel. Ich bin immer noch kreut, dass kein Schnee war. Ja, hier ist, ich seh grad nur... Wie viel Teuer durchzieht denn hier jetzt richtig? Wir müssen irgendwann mal irgendwo hinziehen, äh, hinziehen, vor allem hin... In Urlaub machen, wo Schnee ist. Ja, in Arktis. Denkst du mal an deine kleinen Babys? Ja. Ja, ähm, was? Du kannst denen ja was stricken. Ja, ich, genau, ich seh aus, als würde ich stricken, oder was? Ein Häkel halt. Mama, ich bin wieder da. Ich hoffe, ich höre jetzt Hans. So, ich werde jetzt tatsächlich etwas sehr Ungewöhnliches, für mich Ungewöhnliches machen. Und zwar? Ich werde Steine in die Lava schmissen. In was hast du wiedergefunden? Steine in die Lava schmeißen? Na, das ist ja... Ich hab grad irgendwas komisch gehört. So, jetzt wird grad jemand irgendwie verrecken. Aber du bist hoffentlich nicht bei mir. Soundtour. Äh, ich hab ein bisschen wenig Fackeln. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Brauchst du was? Oh! Ich glaub, weil ich jetzt wie Locked. Du kann ich denn keine... Ach, da. Ich brauche das erstmal jetzt ein bisschen nicht. Oder nicht, ich hab jetzt gerade mal schlappe sich den Fackeln dazu gekriegt. Weiß ich nicht, ich hab keine Probleme. Ich muss nachher nochmal gucken. Ich kann dir noch was geben. Ja, ich muss ja sich zusehen, dass ich irgendwo nochmal ein bisschen Gold abgebaut kriege. Äh, Gold, äh, Holz abgebaut kriege. Ich habe Holz. Das ist gut. Ja, momentan geht es. Och man, dass man je nicht zurückschießen kann. Aber ich glaube, ich muss mir nochmal kurz einen Ofen machen. Dass ich hier mal, ähm, Dingsbums, ne? Und so... Mal Eisen durchkrekeln, oder was? Ja, ein paar zumindest. Ach, das ist ein hohes Skelett. Ein paar zumindest sollte ich mal... Komm, wenn ich jetzt einen bekomme, Alter. Das Problem ist nämlich, dass meine letzte Spitzhacke jetzt bald den Geist aufgibt. Okay. Und da ich keine Lust drauf habe... Mann. Wie viel Eisen hast du schon? Wie sehr du einfach ein... Äh, muss ich gleich einfach gucken, wenn ich hier einigermaßen... Wenn ich hier einigermaßen... Kein mit Looting... Ich bin hier mal ein... Also Looting-Pinderung... Das hier, dann einmal den Ofen aufstellen... So geht die Nuckel, zwei Huhn, ein Gänse... Ich habe ein Stack 40. Was ist? Da. Wenn du mich anpeilst, hier wirst du Ofen finden. Ich habe ja keine Idee... Ich habe ein... Ich habe ein... Ja! Ja! Okay, warte. Oh, wir haben zwei Weserköpfe. Drei! Ich habe einen ganz früher noch bekommen. Ja, ich meine jetzt heute zwei. Ja. Oh, ich... Ich... Ich teleportiere dich hierher. Warte, ich gucke noch... Ob hier noch welche sind, du auch. Oh ja, ne, bei mir sind keine mehr. Ich versuche schon die ganze Zeit. Bei mir sind... Alter, ja! Boah, dreißig und eineinhalb Jahre. Junge, jetzt EP mich. Hast du, ähm... Jetzt? Möchtest du zu mir kommen, Ehemann? Ja, wenn ich denn wüsste, wo du bist. Hier, ich habe ihn an. Du kannst das gleiche wie die Kinder machen. Ja. Ich habe mein komplettes... Guck mal, mein komplettes... Inventars voller Sitzel, voller Eisen... Äh, stehst du denn jetzt vernünftig? Ja, theoretisch. Ach so, dann. Komm mit. Äh, ich weiß noch nicht mehr, wo es nach Hause geht. Ich war so lange nicht mehr hier. Ich war hier so lange nicht mehr. Das ist so ungewohnt. Ich muss mir den Weg machen. Komm, viele Babys da sind. Ich weiß, wenn wir waren irgendwie Babys an der Kante ganz weit. Also an der Kante. Komm herunter. Komm her. Oh, hab ich mir eben geschrocken. Ehemann. Ja, mein Herz. Ja, mein Herz. Je nach Leben. Warte. Wow, Adrian. Ey. Folk mir einfach mal. Ich weiß schon. Was mache ich, was das denn? Hast du mich gerade mit Lava beschrieben? Schüttet? Ich weiß nicht, wie du mit Lava. Kann ich das jetzt aufnehmen? Hier muss ich die Mitte treffen. Ja, ne. Ja, ne. Da war ich der Mausklick wieder. Hier musst du, hier hast du die hingeschüttet. Hier. Hier. Genau. Nochmal. Nochmal. Das packt. Jetzt hast du sie. Nee, hab ich nicht. Eigentlich. Ja, hier. Jetzt. Ich hab's. Hä? Wieso hab ich ihn jetzt gebrannt? Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Dafür hat auf jeden Fall war das der Zweck das Wasser ausschützt. Ja, das ist mir schon klar, statt. Aber wieso hab ich gebrannt? Hier ist, äh, ähm. Ja, weißt du, was meine? Hier runter nicht. Was brauchst du jetzt Holz, ne? Irgendwo hier war das. Ach, Mann. Ja, Mann. Jetzt hast du wieder Wasser. Ja, ich wollte die Welle den Restlichen Lager weg haben. Ach, doch. Irgendwo hier war das. Hm. Hier. Nee. So nicht. Ich krieg das nicht weg. Hä? War zu. Wie geht's runter? Ah, grieber. Der war immer eben kurz. Ich kann mich erinnern. Ich weiß es. Warum machst du sowas? Der hat mich gestört. Aber was? Ich weiß, wo jetzt nicht. Ein bisschen lästig. Ich glaub, das ist der richtige Weg. Wo wirst du? Ich versteh, versteh. Also ihr könnt auch jetzt langsam kommen, ne? Nö, 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 nö. Wir haben hier noch zu tun. Aber wieso brennt das hier? Ach, wegen... Nee, hä? Weil hier Lava drunter ist. Hier brennt alles, weil hier Lava drunter ist. Wir sollten vielleicht nicht auf Lava bauen. Okay. Ich hab hier Holz zum Baum genommen. Genau. Warte mal. Oh, diese Musik hier drin ist so gruselig. Das war's nicht, Esmin. So, wie ist das jetzt mit der Holzlage aus? Und was brauchst du denn? Holzbretter. Da sind Stämme. Hä, das war hier, aber... Brauchst du auch noch eine Spitzhacke? Äh, Spitzhacke habe ich noch genug. Okay. Ey, wenn wir jetzt nicht nach Hause finden, ne? Ja, dann müssen wir zu Mama und wenn Mama nicht nach... Und die finden auch nicht nach Hause. Wir finden immer nach Hause. Erzähl nicht so ein Kram. Geh hinten, Esmin. Pass bloß auf, Alda. 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 So, jetzt habe ich wieder Fackeln. Guck mal hierher. Ja, das ist so weit weg. Ja, das ist doof. Ja, das ist doof. Ja, der gibt mir die 42. Mein Gott. Obwohl die Höfen können wir eigentlich hier stehen lassen, ne? Ist das Schwachsinn, da mitzunehmen. Die Höfen können wir hier stehen lassen. Der nimmt doch mal die 64 aus der Truhe. Ja, aber dann habe ich anderthalb Stack. Was soll das denn? Ich kenne hier einen Weg. Warten nicht. Das ist deutsch. Komm mal mit. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht. Ich habe schon keinen Platz mehr. Weil hier lang bin ich mal gelaufen. Ey, Mann, hast du Goldbarren und Goldapfel? Goldapfel habe ich auch, ja. Goldbarren habe ich nicht Golderz. Ja, kannst du. Lapis. Ja. Es sieht hier so bekannt aus. Aber das ist hier auch immer. Welche Schienen hast du? Äh, normale. Wie viele? Ja, ich habe leider keine Pfeile. Ähm. Naja. Und das ist auch noch. Okay, Schienen habe ich eingesteckt. Goldapfel und Goldbarren auch, bitte. Okay. Ja, hier sind. Achso. Und die kann doch hier da drin lassen. Ist aber auch kein Problem. Ja. Ich wollte. Ja, gut. Goldäpfel braucht ja kein Mensch. Also die können wir. Das ist ja noch Lava, dass wir die reingeschmissen kriegen. Ja, 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 ja. Achso, wo finden wir hier? Das weiß ich auch, Hismin. Warte da. You? Und die ganzen Diamanten, die wir haben, da machen wir äh, Diamant Hacken von, ne? Ja, 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 ja. Ich blöcke, ne? Ich blöcke, ne? Hier. Ja. Ich will die Kiste. Ja, meine Herren. Weil ich will die da auf dem Stein stellen. So, da kann ich da jetzt den Mist rein tun. Ja, wir sind richtig. Ja. Ja. Ich habe gerade mal zwei Plätze frei, weißt du das? Zwei. Äh, nö. Oh Mann. Scheiß, die drei Brötchen lasse ich jetzt auch hier. Hallo Welt. Ne, Kartoffeln oder was ist das? Und es regnet erst mal draußen. Hast du Kartoffeln mitgenommen zum Reisen gehabt? Ne, 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 ne. So, ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier Plätze frei. Wir können weitergehen. Ja, warte mal. Hier ist noch Eisen. Der ist Timeout oder was? Hm, wahrscheinlich. Oh, ich dachte, die wären grad Banditen bauen, sondern das war nur so'n scheiß Verhändler. 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 Oh ja. Oh ja. Warum hast du denn das Spiel verlassen? Weil da die Zeitüberbeschreitung steht. Es mir hat Ragequid wegen, wir kriegen keine Höser Skelette. Was ist hier passiert? Die Wetter ist laut. Ja, ich weiß. Das hat uns die Truhe weggehämmert. Ja. Ja, ist egal, das ging nicht. Scheiße, das ist eh noch Schrott. Äh, können wir mal pennen? Wegen Regen. Ne, geht nicht. Ne, doch safe. Nur bei Gewitter. Ich habe kein Bett mit. Ich habe kein Bett mit. Ne, kannst du nachts ausschließen. Ne, kannst du nachts ausschließen. Ne, kannst du nachts ausschließen. Ich habe sehr viel Sattel und so bekommen, deswegen. Da warte ich von mir eben müssen. Äh, Goldäpfel brauchen wir noch, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Weil user ist nicht immer sehr schwer. Wie geht's zurück zum Minenschef wollen wir? Ja. Ich schmelze eben noch ein bisschen Gold. Ein Moment. Eier, besser, es ist. Äh, hast du noch Gott öffnet denn mit? Ah, 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 ah. Ich habe noch drei Heidungsdränke, äh, Esmin. Scheiß, Spinnenweben, eh. Ich meine, nämlich habe ich noch. Äh, dreimal sogar. Milch? Ja, ich habe Milch. User Affekt. Ich habe 1,3, 4,5 Mal. Das ist ein Thema, wie waren die überall schon? Heisen. Oh. Bringt denn die Stärke, was beim, beim, bei einem, eine Möser? Naja, ich denke mal Stärke, ja. Soweit stärker, ne? Ja, ich habe zweimal Stärke. Oh, der Händler ist ja bei mir vor der Tür. Oh, der Händler ist ja bei mir vor der Tür. Und schätze ich habe noch dreimal Direktheilung, also es geht. Ich habe noch zweimal Direktheilung und Trank der Schnelligkeit. Der von den Braun, das am Ende war nicht. Habe ich nur? Also ich habe auf jeden Fall kein Gold. Ich habe nur noch zwei Gold, glaube ich so. Ja, ich habe noch zwei Stacks oder so. Oh, zwei Stacks oder so. Ja, ich habe wirklich, ich habe noch Gold Nuggets. Ja, wenn du mal zu mir kommen und gleich tust, ähm, ich zeig dir wo. Ja. Du hast noch Freunde gefunden. Ja, ich kann noch ein bisschen Gold mitbringen. Ich habe vier Gold noch. Oh, oh. Hast du Äpfel, Jesmin? Hast du viele Äpfel? Ja, bis jetzt fünf. Ich habe zehn. Also das sollte gehen. Ich habe sieben Gold Äpfel. Also nein, ich meine normale Äpfel. Das ist schon normaler Äpfel, zwei Stacks. Ja, okay, ich habe zehn. Oder drei. Ich komme zu dir. Verbring ich auch den Burserskelett-Kopfen, ne? Ich habe zwei, ich bin Kriber, 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 Kriber. Wie sieht es aus mit deiner Rüstung? Äh, naja, mehr oder weniger gut. Also nur halt. Ja, bei mir ist halt stark angebrochen, ne? Bei mir ist halt nur die Schuhe, weil ich habe da ja keine Rapparatur drauf. Man, diese Händler. Ich muss gerade mal ein bisschen was essen. Ja, mach das. Also Licht wäre ja hier auch mal so. Lieber erledigt. Ja, ja, hier sind aber noch mal mehr Freunde. Wieso dritte sich? Ich habe keinen, ich habe keinen schmerz, ich habe keinen Schmerz nicht ausgerüstet. Wo wirst du denn? Äh, warte. Ich bin fast tot, ey. Ich, ich komme runter. Warte. Ich bin in deinem Haus. Ja, komm, komm, komm raus. Komm raus. Ach so raus, okay. Hey, da bin ich. Ey, dann traf dich schnell. noch die gold aufgeben wir mal gold und äpfel warte nein ich hab noch nie lange gib mir die äpfel die normalen die wollte ich kochen ja ich habe auch dieses zu kraften hatte wenn du mehrere sex haben kümmerung pgo dafür machen also auch da in der höhle warte doch wohl praktisch wir machen kein musik ist nein wir machen einen spannenden kampf hallo er ist auch spannend und brauche keine es mir ist so lohn ist so egal nein das kann man ich will einfach nur den erster ich will nicht noch drei jahren mit dem mutter kämpfen der hier alles kaputt macht ja doch wenn er uns abschießt schon würde ich selbst alleine machen ja da macht den alleine nein aber trotzdem ich dachte wir machen das ist etwas lieb schon mal ja wo willst du es denn sonst machen das ist immer kaputt machen und ihr seid wo der alles kaputt macht so ein bisschen weit weg sein und wie sollen wir dann wieder nach hause finden ja lass uns doch einfach bis noch unten auf auf höhe das ist doch irgendwo im baum da wo bett ist im runter bauen genauso unepisch ja aber nur ist ja nicht eine oberfläche ich könnte noch hier in der stadt bonn dann ist die ganze stadt kaputt jetzt wo es dann sehen sonst was das sehen sind groß ist diese kack wühle ja wenn man da erst mal ist gefangene hölle da hinten ist noch weit der minenschacht wollte nicht zu uns kommen mit lehren im winter und so ja aber wie sollen wir dann wieder nach hause finden das stimmt ich meine ich kann aber dann gerne zu euch schicken was machst du müssen gut nehmen ja nie wie lange geht die folge noch 10 er muss jetzt herkommen ich bin wieder ich tut du scheiß gelitten hier ist noch alles dunkel ja das ist ein recht weit verzweigte das problem ist dass das die uns die ganze zeit trennen und keiner weiß wo der andere ist kackerskelett hier ist die ganze mine ist noch dunkel hier ja ich sehe ich bin hinter dir hier kein stein keine erde kein nix hier jetzt spinnensetze sind ja auch richtig ätzend ne alter verwalter hier geht das noch weiter dann war ich rausholen ich hab dich eben noch gesehen jetzt bist du schon ach da hinten ich bin geradeaus weitergegangen diese riesen da hast du uns wirklich in der riesen höhle geschickt hat denke ich meinte ich doch also der minenschacht ist definitiv auch noch voller schienen wollte ich nur mal gesagt haben hier ist tatsächlich empty okay ich will jetzt auch keine kohle mehr mitnehmen ich habe keine lust mehr ganz ehrlich hinten ist noch dunkel da drüben hier geht es runter aufpassen du scheißen dreckskelett du gehst mir richtig auf die steuerstücke brennen und freunde viele viele freunde hier ist gerade richtig party das ist ja ein bisschen viel ernsthaft hier ist es tut nein nein da steht im chat mama aber hier war echt hartpaar ich bin recht tot ich bin recht tot 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 wird dann können wir dich tippen oder so wieso stirbt er denn nicht meine fresse? zu essen da ist schütz ich sehe dich aber ich kann gerade nicht zu dir noch eine natürlich ja ich war zum glück weit genug wecker tatsächlich spinne karotten in der hand das und wunderst dich warum du die nicht an die wand setzen kannst meine kinder sagen gar nichts mehr ist das nicht toll ja wir warten als ich war doch auf dem tag gefunden das gut was gold lasse ich hier drin oder ja das gold kannst du liegen lassen doch hauptsache haben ein bisschen kobbel ist so mitnehmen das ist wichtig der rest ist egal so wollt ihr nicht mal zu uns kommen ja wir warten dp durch doch ich komme dann eh nicht wieder nach hause finden ja wenigstens eine von euch warum tp zu uns wir wollen wir wollen nicht nach hause wie sie die wollen dass wir da hinkommen und warum weil hier noch so viel ist ihr schreit doch immer wir wollen gold wir wollen dies wir wollen jenes ja wieviel gold und eisen habt ihr denn warte ich bin gerade am gold abbauen dann kann ich dir sagen wie viel ich habe einen moment vielleicht sollte ich aber erstmal lichter machen also ich baue das gold noch mal ab außerdem ist gerade nacht draußen also können wir gerade gar nichts machen ist auch also ich habe zweieinhalb steck eisen 43 gold erz da ist ein zombie bei meinen hühnern ja wenn wir sind auch heute zum ich bin eh draußen ja ich habe hier jetzt gerade aber ich weiß auch nicht wo es jetzt hier weiter geht doch hier kann ich ich habe phantome ja abschießen jetzt bin ich sehen warum wird um holitzko ist sie doch noch gold endlich mal weißt du dass der ist noch wo drei nächte mal nicht geschlafen haben ist ja wie denn auch die die ist die ist die ist die ist ich habe die hier ist gefunden jetzt kommt richtig hier und hilft hier und homo brauchen wie weit ist in dieser scheißgang noch hier ist unser ritter stark und es geht nur das freunde warum gehen die nur auf dich kommen oder riesen ja 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 13 dies war gesagt okay also insgesamt ja das ist ja schon damit glaube ich können wir uns es läuft vorliegen machen also wenn wir unterfallen dass wir kein schaden bekommen das ist wie federvoll für die schule ja nur ist kein schaden bekommen nur als trank und es geht ein paar mädchen deswegen brauchen wir vertreten und ich sehe dich und das wird beim ender drachen extrem und die sehen skelett wenig phantom und ein skelett ja da hinten das party die nicht hin die partie ist natürlich ich bin da weg wo party ist das ist für den hast du 28 habe ich also das ein paar mehr da was geht hier hatte zwei war hier noch hilfe jemand aktuell geht es bei mir ist von keine freundnung jetzt ist hier aber gerade wieder an der party unter mir ist das kann durchaus sein dreck heilung du bist nicht unter mir weil unter mir ist lava keine gute idee hier hin zu gehen oder hier sieht mir das stark nach zombies vorne aus oder irgendwas okay das ist schlecht ich habe nur keine ahnung wo du bist der mann krissen lassen schimmer da ich sehe den namen der will was los ja ich sehe deinen namen hatte hier ist alles tustell das ist das problem okay hier ist eine kiste aber ohne was spannendes drin habe ich da schon genutzt oder weiß ich nicht nicht glaube ich nicht hier war alles dunkel manchmal mehr verdrungen ich sehe dich da unten irgendwo ja wir sind jetzt auch bei 30 minuten ich würde sagen steht schon wieder alles würde sagen ich nehme jetzt hier noch das letzte eisen du hast schon keinen helm mehr ehemann das war zu befürchten dein helm ist schon hinüber ich würde sagen wir nehmen jetzt hier das letzte eisen mit und dann würde ich sagen wollen wir nach hause ich befürchte dass das nötig ist wir haben jetzt reichlich zeug insgesamt ist die frage wie weit man das immer ausreizen will wenn man ja ich habe 13 die als ich möchte jetzt auch tatsächlich nicht mehr sterben 13 dias ich habe 13 dias und ich bin stolz drauf ja ist gut 13 dias ist schon jetzt könnte ich schon mal holen nee doch nicht ich bin hier gerade noch ganz gut dann holen mich hatte noch nicht bei wohl mich zwei eisen bisschen ich möchte jetzt auch man ist ich möchte nur noch nach hause und bezieht vielen dank vielen dank ein problem oder drüben sind freunde zufällig ist es gerade tag geworden ups ja zielen hast du auch gelernt noch ein bisschen gold ich bin so dumm jetzt bin ich habe gerade was denn ich habe hier irgendwo ist ein village jetzt zum b jess ich habe gerade in der mitte gold gemacht und außen rum jetzt könnt ihr mich auch hier ab nein okay warte ja das nenne ich lust irgendwo ist ein villager zombie ich würde ganz gerne jemand ja ich wollen wir bei mir zu hause mal einmal kurz zeigen was wir geschrieben was wir gelootet haben ja auf jeden fall ich mir jetzt noch zu mir nach hause und das zeigen das gehört jetzt zu dieser folge auch wenn sie schon zwei minuten drüber ist das gehört jetzt noch dazu ich habe dann nämlich im übrigen weiß ich wie der villager in meinen in mein dingst gekommen ist das ist finanziell ich habe keinen dabei nee nein doch hier oh man was spielst du denn warte mal ich habe hier nämlich kisten dann stelle ich die mal kurz hier hin und dann tun wir mal unser loot da rein Alter die ganzen villager sind sogar die spitze gar natürlich nicht boah alter 20 years das ist unser loot hm komm das ist echt nicht schlecht oder nicht schlecht da kommt sogar noch Alter guck mal Jess komm her komm her komm her komm her komm her die sitzen da die ganze zeit so die sind die ganze zeit allein die sind gerade vier oh ihr mein das ist so cool was wir da geschafft haben ganz ehrlich du sollst ja nicht die ganzen sollen jetzt noch reinpacken doch doch rein was da rein gehört ja ja also ich habe jetzt eigentlich alles da rein gepackt was ich nicht vorher schon in irgendeiner form mitgenommen habe ja ja siehst du das meine ich das meine ich ach ach wir machen dir helm oh cool den nehme ich gleich mal aber da waren noch viel mehr op-äpfel wo sind denn die hin wahrscheinlich op-äpfel also goldäpfel waren da noch viel mehr ja ich hab ich hab nicht welche genommen da waren die noch in der truhe drin in der 1 oh nein hast du die ja drin gelassen wirklich ne eigentlich nicht aber ich weiß es jetzt nicht genau egal ja jetzt so was sagt ihr dazu ihr kinder ist schon gut 20 tiers finde ich sehr gut irgendwie 1 2 3 4 5 5 stack eisen darf ich mir die rausnehmen und schmelzen äh ich würde sagen jeder kriegt 1 Papa kriegt 2 ja mal gucken eigentlich sollt ihr das ja behalten ja ne ähm wir teilen ja außer die Dias die teilen wir natürlich nicht ne ja ihr könnt Mama und Papa kriegen beide 10 Dias eigentlich nein nein das wäre ja fair ja oder doch jeder 10 Dias kriegen wir hin so ihr Lieben hat Spaß gemacht oh du siehst so schrecklich aus mit dem Wieserkopf ehrlich warte genau einmal ausziehen ich habe keinen Platz da ist die Kiste kannst du reintun ne siehst aus nein hat Spaß gemacht die letzten 3 Folgen waren jetzt ich brauche was zur Beruhigung tatsächlich und wenn ich irgendwo terraforming machen kann oder sowas ihr könnt euch ja jetzt in der Pause zwischen den Folgen noch was überlegen wo ich terraforming oder was weiß ich machen kann weil das der Aufregung reicht ist jetzt hier Jasmin letzte Worte tschüss Adran letzte Worte bye Papa letzte Worte tschüss ihr Lieben hm 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 tschüss tschüss